Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in Bobby Versum. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video über Diablo 3 Reaper of Souls. Leute, wir sprechen heute natürlich über das Saisonthema in Saison Nummer 28. Wir nehmen diesen Altar der Riten heute komplett auseinander, schauen uns jeden einzelnen Punkt an, sprechen aber natürlich auch über den Weg, den ich sehr wahrscheinlich durch diesen Altar gehen werde und müssen aber auch über eine Entscheidung sprechen. Und zwar die Entscheidung, ob wir dieses Belohnungswürfelchen aus dem Herausforderungsportal ganz am Anfang benutzen, um uns einen Vorteil beim Leveln zu verschaffen oder ob es doch eher Sinn macht, den aufzuheben, um damit dann den 15. Punkt im Altar direkt am ersten Wochenende gleich schon freischalten zu können. Dranbleiben lohnt sich also, all diese Informationen stecken hier in diesem Video. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß dabei. Let's go! Bevor es jetzt aber mit dem eigentlichen Video und dem Altar der Riten so richtig losgehen kann, hier an dieser Stelle nochmal zwei kurze Infos. Die eine bezieht sich auf mein letztes Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, findet ihr natürlich oben in der Infobox und unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Da ging es um die Upgedateten, also um die Änderungen an den Patchnotes zu Saison Nummer 28. Da ist mir ein Punkt durchgerutscht, den habe ich übersehen. Und es ging um die Änderung am Zweierset-Bonus vom Dämonenjäger-Set Schattensmantelung. Da wurde jetzt diese 6000-prozentige Schadenserhöhung auf bestimmte Skills eingegrenzt, denn durch die Änderungen am Natalya-Set hätte es sonst eine Spielweise gegeben, die komplett broken gewesen wäre, die wieder komplett OP gewesen wäre. Und da sowas in Diablo 3 natürlich noch nie gegeben hat, darf es das auch diesmal nicht geben. Und dementsprechend wurde dem entgegengewirkt. Das nur als kleiner Nachtrag zum letzten Video. Also, habe ich vergessen, ist mir einfach im Eifer des Gefächts durchgerutscht. Jetzt aber natürlich dann die Information da. Und ich möchte mich natürlich auch wie immer an dieser Stelle nochmal bei meinen Kanalmitgliedern hier auf YouTube bedanken. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung, Leute. Das sind die Menschen, die hier monatlich Geld in die Hand nehmen, um meinen Kanal und damit natürlich auch mich finanziell zu unterstützen. Insbesondere hervorheben möchte ich natürlich auch diesmal wieder die Kanalmitglieder, die eine Kanalmitgliedschaft auf der Stufe 3 abgeschlossen haben. Herzlichen Dank dafür, Leute. Es hilft mir enorm. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt aber los. Auf geht's mit dem Altar der Riten. Und bevor wir jetzt in die einzelnen Punkte einsteigen, hier erstmal noch ein paar ganz allgemeine Informationen dazu. Altar der Riten, das ist ein Sockelsystem, ein Skillbaum, wie auch immer ihr das nennen wollt, über den wir uns Verstärkung für unsere Charaktere in Saison Nummer 28 freischalten können. Das ist das Saisonthema von Saison Nummer 28. Es ist ab Stufe 1 verfügbar. Das heißt, wir können direkt ab Stufe 1 loslegen und da Opfergaben reinwerfen, um uns Verstärkungen für unsere Charaktere freizuschalten. Man kann alle Punkte auf diesem Altar freischalten und die freigeschalteten Punkte gelten für alle Charaktere. Das ist also Account-weit. Und man muss das dann dementsprechend nur einmal freischalten. Es gilt für den gesamten Zeitraum von Saison Nummer 28. Und man kann nur von oben nach unten durch diesen Baum gehen. Also das heißt, ich muss immer erst die Ebene oben drüber freischalten, damit ich den darunterliegenden Punkt überhaupt freischalten kann. Kurzes Beispiel. Man kann jetzt zum Beispiel nicht erst Punkt H freischalten und dann Punkt E, also von unten nach oben gehen, wenn ich nicht vorher Punkt B schon freigeschaltet habe. Das funktioniert nicht. Dementsprechend ist das wichtig für unsere Planung, unseres Weges durch diesen Altar. Denn natürlich sind sehr viele, sehr nützliche Belohnungen ganz unten im Baum versteckt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Es gibt keine zeitlichen Begrenzungen. Also man kann jetzt nicht nur einen Punkt pro Tag freischalten, sondern sobald man die Materialien dafür zusammengesammelt hat, schmeißt man die da rein und es ist freigeschaltet. Und wenn ihr 20 Punkte auf einmal freischalten wollt, geht auch das. Es gibt insgesamt 26 Punkte und drei Trank-Effekte, die dann ausgelöst werden, wenn wir unseren Trank trinken, unseren Heiltrank trinken. Und natürlich gibt es eine Belohnung dafür, wenn wir alle Punkte freigeschaltet haben, dann schalten wir automatisch, ohne ein weiteres Opfer da reinwerfen zu müssen, doppelte Primals frei. Also das heißt, wir bekommen ein zweites archaisches Item gedroppt, sobald wir eins finden. Und es gibt Flügel dazu als Belohnung, die sehr, sehr gut aussehen, auf jeden Fall sehr, sehr schön sind. In meinen Augen ist natürlich immer persönliche Präferenz. Gut, dann gehen wir mal zu den Effekten. Und zwar ist es so, dass ich die Effekte hier alle mal dran geschrieben habe. Und Leute, ihr findet diese ganzen Informationen, die ihr jetzt hier auf dem Bildschirm seht, findet ihr natürlich auch in einem kleinen PDF. Ihr kennt mich, ich gebe immer noch mal so ein kleines PDF mit dazu, damit ihr euch das auch noch mal angucken könnt, außerhalb von diesem Video und ganz in Ruhe noch mal diese ganzen Sachen studieren könnt. Denn es ist doch sehr, sehr viel, was da irgendwie drauf ist und was da zu beachten ist. Dementsprechend könnt ihr euch das Ganze in Ruhe noch mal anschauen, könnt ihr euch kostenlos downloaden. Dementsprechend steht euch das natürlich zur Verfügung. Die Effekte, die wir auf diesem Altar finden, sind grundlegend in drei Kategorien einzusortieren. Wir haben offensive Effekte und defensive Effekte. Aber, und das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Effekte, das sind die Utility-Effekte. Also die nützlichen, die Quality-of-Life-Effekte, die uns einfach im Spiel schneller und besser voranschreiten lassen. Und das sind natürlich die Effekte, die man eventuell auch tatsächlich als erstes freischalten möchte. Und es gibt auf diesem Baum einen Punkt, wo wir ein Opfer bringen müssen, zu dem wir dann eine Entscheidung treffen müssen. Und zwar geht es um die Belohnung aus dem Herausforderungsportal, die wir normalerweise beim Saisonstart immer benutzen, um uns halt einen Vorteil beim Leveln zu verschaffen. Wir erhalten aus dieser Belohnung Atem des Todes, Blutsplitter, 5 Millionen Gold, Handwerksmaterialien. Also wirklich sehr, sehr hilfreiche Dinge, mit denen wir uns dann ganz am Anfang schon eine Waffe herstellen können, mit Stufenreduktion. Wir können ein Item in Kanaiswürfel extrahieren und, und, und. Also es sind wirklich sehr viele Dinge möglich mit dieser Belohnung aus dem Herausforderungsportal. Und so ein Herausforderungsportal kann man nur einmal pro Woche abschließen. Hier, nach unserer Zeit ist das immer am Dienstag, wird das immer zurückgesetzt. Dementsprechend, so eine Saison startet immer am Freitag. Wenn wir diese Belohnung jetzt benutzen, können wir uns nur 14 Punkte auf diesem Baum am Wochenende freischalten und den 15. Punkt erst freischalten, wenn wir am Dienstag das neue Herausforderungsportal erledigt haben und die Belohnung davon zur Verfügung haben. Deswegen gibt es jetzt schon wieder die wildesten Spekulationen. Ja, nee, ich hebe mir meinen Würfel aus dem Herausforderungsportal auf, Level ohne diese Vorteile und kann dann dafür direkt am Wochenende schon alle Punkte auf diesem Altar freischalten. Und das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, wie auch alle anderen Sachen, die ich euch jetzt hierzu erzähle. Auch mein Weg durch diesen Baum ist natürlich meine Entscheidung. Das könnt ihr anders sehen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob ihr vielleicht einfach einen anderen Weg gehen werdet, ob ich da wirklich einen Denkfehler drin habe, ob ihr da wirklich irgendwie seht, nee, macht das mal lieber so, Bob, denn das macht deutlich mehr Sinn. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich spreche da sehr, sehr gerne mit euch. Das Ding ist, meiner persönlichen Meinung nach macht es keinen Sinn, sich diesen Würfel aufzuheben und auf die Belohnung daraus zu verzichten am Anfang, nur um eventuell zwei Tage vorher diesen kompletten Altar freigeschaltet haben. Mit 14 Freischaltungen auf diesem Altar haben wir schon so viele gute, positive Effekte, dass ich sage, wir haben den meisten Profit, die meisten Bonus aus diesem Altar haben wir damit schon freigeschaltet und alles andere, was darüber hinausgeht, die letzten zwölf Punkte freizuschalten, ist halt tatsächlich mehr so ein Bonus. Und ihr müsst euch der Tatsache bewusst sein, dass ihr natürlich trotzdem schon diese ganzen Materialien farmen könnt, und dann am Dienstag einfach diesen Challenge Drift abschließt, die Belohnung da reinschmeißt und zusätzlich alle anderen benötigten Materialien auch schon direkt da habt und euch den kompletten Baum am Dienstag freischalten könnt. Also es geht wirklich um einen Vorteil von, ja, ein bis zwei Tagen, die ihr tatsächlich vorher über diese Effekte verfügt. Dementsprechend macht es in meinen Augen für die Spieler und Spielerinnen Sinn, diesen Würfel aufzuheben und da reinzusammeln in den Altar, die am ersten Wochenende direkt auf Platz 1 im Liederbord stehen wollen, die vielleicht einfach für irgendwelche anderen Zwecke zeigen wollen, dass es möglich ist, diesen kompletten Baum auch am ersten Wochenende komplett abzuschließen, dass das nichts ist, was irgendwie länger hält, länger motiviert als die generelle Saisonreise. Für diese Spieler macht es durchaus Sinn, diesen Würfel aufzuheben und direkt in den Altar reinzuopfern, um wirklich komplett durchzusuchten und diesen Altar am ersten Wochenende freizuschalten. Für alle anderen Spieler und Spielerinnen, die eventuell nicht ganz so viel Zeit haben, um wirklich das komplette Wochenende durchzuzocken, für all diese Spieler und Spielerinnen würde ich persönlich es sehen, dass es deutlich mehr Sinn macht, diesen Belohnungswürfel aus dem Herausforderungsportal zu benutzen und damit noch schneller durch diesen Altar oder besser durch die Saison zu fliegen, denn wir können uns auch ohne die Herausforderung aus dem Challenge Rift eine sehr komfortable Levelphase gestalten, sprechen wir gleich nochmal drüber, aber mit der Belohnung aus dem Challenge Rift geht es noch deutlich schneller zu leveln. Wir sind noch schneller im Endgame und wir können uns trotzdem noch schneller damit dann beschäftigen, die ganzen anderen benötigten Materialien und Dinge zu farmen, die wir für diesen Altar einfach brauchen. Also es ist wirklich so eine Entscheidung, die man treffen muss. Ich persönlich sehe das so, wenn ihr wirklich komplett die Leaderboards pushen wollt, am ersten Wochenende pushen wollt, vor Dienstag ganz oben in den Leaderboards stehen wollt, absolute Vielspieler seid und das komplette Wochenende dafür eingeplant habt, das komplett durchzusuchten, go for it, hebt euch den Würfel auf, schmeißt ihn auf Stufe 15 in diesen Altar und schaltet den Altar komplett frei, so schnell es nur irgendwie geht. Seid die Ersten, die sich das freischalten, für alle anderen würde ich persönlich empfehlen. Nutzt euren Vorteil aus diesem Herausforderungsportalwürfelchen, nutzt ihn und schaut euch dann dementsprechend an, wie schnell ihr damit dann tatsächlich durch diese Levelphase fliegen könnt. Okay, dann sprechen wir jetzt tatsächlich mal über die einzelnen Punkte, was da meiner Meinung nach Sinn macht. Also die Utility-Effekte sind tatsächlich teilweise hier ganz oben versteckt. Da haben wir einmal den ersten Punkt, den müssen wir logischerweise alle freischalten, das gibt es überhaupt gar kein Vertun. Der erste Punkt ist der Massaker-Bonus. Der erste Punkt kostet 10 wiederverwertbare Teile und das ist, egal welchen Weg wir auch gehen, immer der erste Punkt. Das ist schon mal ein sehr starker Bonus, der unsere Levelphase völlig egal, wie wir die angehen, verstärkt. Der Massaker-Bonus, der Timer dafür wird verdoppelt und die Belohnung, das heißt, wir haben länger Zeit, um Gegner zu hitten und wir haben natürlich deutlich mehr Erfahrungspunkte, die wir aus dem Massaker-Bonus gewinnen können. Dementsprechend macht es in Saison Nummer 28 einfach nur Sinn, völlig egal, was ihr tut, über den Massaker-Bonus zu leveln. Und selbst wenn ihr damit nicht so vertraut seid und das für euch eher so ein Ding ist, wo ihr sagt, boah, das ist super langweilig, der Vorteil, den ihr da habt, ist gigantisch. Also dementsprechend, es lohnt sich wirklich, sich damit mal auseinanderzusetzen. Dann haben wir hier oben noch einmal keine Stufenanforderung und einmal die 40% mehr XP aus den XP-Pools. Das sind diese gelben Brunnen, die man austrinken kann. 40% mehr Erfahrungspunkte erhält man dadurch über die gesamte Saison. Das verschwindet nicht mehr, wenn man stirbt und das bleibt halt tatsächlich für immer erhalten in der Saison 28. Dementsprechend einmal so einen Pool trinken und 40% mehr XP haben, ist schon sehr, sehr stark. Keine Stufenanforderung bedeutet, wir haben die Möglichkeit, Stufe 70 Ausrüstung zu tragen, obwohl wir vielleicht erst Stufe 11 oder 10 oder 1 auch sind. Völlig egal, auf jeden Fall keine Stufenanforderung. Bedeutet, wir können Gegenstände der Stufe 70 anziehen. Dann kommen die wirklich richtig, richtig nützlichen Dinge natürlich ziemlich weit unten im Baum. Und wir reden jetzt hier mal direkt von den Trank-Effekten. Das sind die, die ihr hier ganz unten seht. AA, AB und AC. Und da gibt es einmal diese drei unterschiedlichen Kringel, die auf dem Boden auftauchen, die euch dann einen Buff geben, in den ihr euch reinstellen könnt. Einmal eine Schadensreduktion, also die Gegner um uns herum verursachen 25% weniger Schaden. Und dann gibt es einmal diesen Effekt, dass wir einen zufälligen Pylon- oder Schrein-Effekt erhalten. Meiner persönlichen Meinung nach ist das hier definitiv der stärkste Effekt. Und wir wollen diesen Effekt natürlich so schnell wie möglich freischalten, damit wir halt auf Knopfdruck einen Pylon- oder Schrein-Effekt erhalten können und sind damit, egal welchem Bereich des Spiels, wir unterwegs sind, einfach sehr viel schneller. Geschwindigkeit, Schnelligkeit ist in Diablo 3 in der Regel gleich Effektivität und dementsprechend ist das natürlich der Potion-Slot, den ich mir als erstes freischalten möchte. So einen Potion-Slot freizuschalten kostet übrigens 55 von dieser uralten Asche oder archaischen Asche. Dafür muss ich ein Primal zerlegen. Das heißt, ich muss mindestens ein Primal gefunden haben, bevor ich diesen Punkt hier unten freischalten kann. Wir schauen uns jetzt einfach wirklich mal Schritt für Schritt den Weg durch den Baum an, den ich für sinnvoll erachte. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, euch das alles runterzuladen und euch anzugucken. Ich habe diese Effektbeschreibung da dran gelassen. Könnt ihr euch dann dementsprechend anschauen, was da eurer Meinung nach Sinn macht und wie ihr durch diesen Altar jetzt nun durchgehen könnt. Dafür mache ich jetzt die Effekte erst nochmal aus. Und dann gehen wir wirklich einmal Schritt für Schritt durch meinen Weg und ich mache das hier Ganze nochmal ein bisschen kleiner, damit wir hier auch wirklich alles sehen. Nehme hier nochmal die allgemeinen Sachen raus und wir gucken uns dann tatsächlich einmal alles Schritt für Schritt an. Also, der erste Punkt logischerweise ist Punkt A. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist der Massaker-Bonus mal zwei. Da müssen wir anfangen, da haben wir gar keine andere Möglichkeit und dieser Punkt kostet uns zehn wiederverwertbare Teile. Ist also gar nicht so teuer, völlig egal. Selbst wenn wir jetzt diesen Challenge Rift aufgehoben haben, diese Belohnung aufgehoben haben, sind zehn wiederverwertbare Teile. Zwei weiße Items, die wir zerlegt haben beim Schmied, die finden wir auch auf Stufe 1 wunderbar und dementsprechend ist der in 0, nichts freigeschaltet und wir sollten dementsprechend auf jeden Fall über den Massaker-Bonus leveln. Dann haben wir eine Entscheidung zu treffen. Und zwar ist es so, dass wir einmal den Punkt haben, keine Stufenanforderung für Stufe 70 Items und einmal die XP-Pools. Und je nachdem, das ist wirklich so dieser einzige Unterschied, je nachdem welchen Weg ihr geht, wenn ihr diesen Challenge Rift-Bag aufhebt, schaltet euch unbedingt als zweiten Punkt die XP-Pools frei. Wir können nur zwei Punkte freischalten während der Level-Phase. Alles andere geht erst ab Stufe 70. Nur die ersten beiden Punkte gehen in der Level-Phase. Dementsprechend kräft ihr die Entscheidung, habt ihr euren Challenge Rift-Bag benutzt, schaltet euch keine Stufenanforderung der Level 70 Items frei. Habt ihr den nicht benutzt und hebt den für Punkt 15 auf, dann schaltet euch unbedingt die XP-Pool als zweiten Punkt frei. Der zweite Punkt kostet übrigens einen makellosen Diamant, 15 Arkanstaub und 20 wiederverwertbare Teile. Ist auch egal, ob das jetzt nun Punkt B oder Punkt C ist. Das sind die Kosten für den zweiten freigeschalteten Punkt. Ein makelloser Diamant ist übrigens ein Diamant auf der zweiten Stufe. Das heißt, ihr müsst entweder zwei Diamanten der ersten Stufe gefunden haben, droppen ab Stufe 15, ab Level 15. Oder ihr findet halt einfach irgendwann einen makellosen Diamant auf der zweiten Stufe. Ich kann euch nicht genau sagen, ab welcher Stufe die fallen können. Das weiß ich nicht. Dementsprechend, das sind die Kosten für den zweiten Punkt. Ich persönlich werde definitiv das so handhaben, dass mein zweiter Punkt die Stufenanforderung ist. Denn ich werde meinen Challenge Rift-Bag benutzen. Und dann kann ich mir, nachdem ich den benutzt habe, beim Schmied, den ich komplett aufwerten kann, auf Stufe 12, kann ich mir Ausrüstung, gelbe Ausrüstung der Stufe 70 herstellen, die ich mit meinem Level 1 Charakter tragen kann. Ich kann mein Spiel dementsprechend auf Qual 6 hochstellen. Und durch den Massaker-Bonus werden wir wahrscheinlich, ich kann euch nicht sagen, wie lange es dann effektiv dauern wird. Das werden wir auf dem PTR natürlich mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich werden wir wirklich in einer halben Stunde oder sowas werden wir auf Level 70 sein. Es wird unheimlich schnell gehen. Es wird gar keine Probleme machen, diese Level-Phase abzuschließen. Und ja, dementsprechend ist mein zweiter Punkt auf diesem Baum definitiv Punkt C. Keine Stufenanforderung. Ich weiß auch nicht, ob die Materialien aus diesem Challenge Rift-Bag dafür reichen, dass wir für jeden Item-Slot ein Item herstellen können. Aber wir finden ja auch beim Leveln halt das ein oder andere gelbe Item und können uns darüber dann halt wieder die anderen Materialien umwandeln. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um sehr schnell, sehr stark zu werden. Auf Stufe 1 mit Qual 6 loszuspielen, macht definitiv dann sehr viel Spaß. Und wir fliegen eben nur durch die Level-Phase. Der dritte Punkt auf meiner Reise ist aber tatsächlich trotzdem dieser XP-Pool-Punkt. Und zwar 40% mehr Erfahrungspunkte. Das hilft uns nicht nur beim Leveln von anderen Charakteren logischerweise. Wie gesagt, den dritten Punkt kann ich erst freischalten, wenn ich Stufe 70 bin. Das hilft uns nicht nur beim Leveln von anderen Charakteren, sondern das hilft uns natürlich auch über die gesamte Saison, um schnell an Paragon-Punkte zu kommen, um einfach schnell Erfahrungspunkte zu sammeln. Und dementsprechend ist das ein für mich absoluter No-Brainer. Punkt 3 wird bei mir dieser XP-Pool sein. Und der dritte Punkt in dem Baum kostet 1 GR-Key und 10 Atem des Todes. Dieser GR-Key, der Portalschlüsselstein, das ist genau das, was uns hier limitiert. Den finden wir erst ab Stufe 70. Und dementsprechend können wir den dritten Punkt erst ab Stufe 70 überhaupt benutzen. Dann haben wir den vierten Punkt auf meiner Reise. Der vierte Punkt auf meiner Reise ist natürlich der schnellstmögliche Weg nach unten. Wir gehen hier den Weg über den Punkt F oder ich gehe hier den Weg über den Punkt F. Das sind 25% Bewegungsgeschwindigkeit on top. Also hat nichts mit dem Cap im Spiel zu tun, dass wir nur insgesamt auf unserer Ausrüstung 25% Bewegungsgeschwindigkeit stacken können, sondern diese 25% Bewegungsgeschwindigkeit gibt es on top. Ist immer sehr nett, wenn wir uns schnell durch die Gegend bewegen können und hilft uns beim schnelleren Abschluss von den Portalen. Ist dementsprechend auch einer von diesen Utility-Punkten. Der vierte Punkt auf der Reise kostet uns dann einen Set-Helm. Das heißt, wir müssen einen Helm aus einem klassenspezifischen Itemset in den Altar schmeißen und können darüber den vierten Punkt freischalten. Weiter geht es unweigerlich, auch hier kommen wir nicht dran vorbei, mit Punkt H. Das ist natürlich der fünfte Punkt dann auf der Reise. Und das ist ein Schild, welches wir erhalten, wenn wir so eine Heilkugel aufsammeln. Natürlich auch nice to have, aber jetzt nichts, wo ich sage, Okay, das ist unbedingt das, was wir brauchen, aber ist natürlich wieder eine schöne und willkommene Unterstützung. Und der fünfte Punkt kostet uns 20 vergessene Seelen und 10 Kopfgeldmaterialien. Also die Kopfgeldmaterialien natürlich aus jedem einzelnen Akt. Das heißt, wir müssen schon mal Bounties machen, um den fünften Punkt freizuschalten. Weiter geht es auf der Reise mit Punkt Nummer 6. Und da müssen wir jetzt wieder eine Entscheidung treffen. Wir können uns hier freischalten, entweder 10% Elementar Damage oder aber wir können uns freischalten, minus 25% Nahkampf Damage oder plus 20% Schaden gegen Elite-Gegner. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich hier habe. Und in meinen Augen sind die alle ganz nett. Es ist nichts dabei, wo ich jetzt sage, okay, das ist der absolute Oberwahnsinn. Ich bin eher ein Freund, offensive Dinge zu bevorzugen als defensive Dinge. Deswegen fällt Nahkampf Damage erstmal rein auf und dieser Tatsache schon so ein bisschen ins Hintertreffen. Dann haben wir die Entscheidung 20% Elite-Damage oder 10% Elementar Damage. Also diese 10% werden auf die höchste Elementarschadensart, die wir auf unserem Charakter haben, draufgerechnet. Und das ist meiner Meinung nach der Weg, den wir gehen sollten oder den ich gehen werde. Dafür habe ich mich entschieden. Hat aber eigentlich mehr den Hintergrund, weil ich mir schnellstmöglich den Punkt O freischalten möchte. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir gleich. Also der sechste Punkt auf meiner Reise ist hier definitiv der Elementarschaden. Ja, der siebte Punkt, ihr habt es eben schon gehört, ist dann Punkt O auf der Reise. Und Punkt O sind doppelte Bounty-Materialien. Ihr wisst, ich mache nicht unbedingt sehr gerne Bounties und wir brauchen tatsächlich noch sehr viele Kopfgeld-Materialien, um uns diesen Altar weiter freizuschalten. Dementsprechend werde ich mir diesen Punkt sehr früh freischalten, um dann wirklich doppelte Kopfgeld-Materialien zu erhalten. Das ist, denke ich mal, für jeden Spieler irgendwie nützlich und das kann tatsächlich jeder gebrauchen. So, jetzt habe ich die Kosten bei Punkt 6 vergessen. Die Kosten bei Punkt 6 sind einmal die Materialien aus den Überbossen, die wir erreichen, wenn wir die Maschinen von den Schlüsselhütern gesammelt haben und dann diese Portale dort abgeschlossen haben. Punkt 7 kostet mich dann, also diese doppelten Bounty-Materialien, kostet mich dann ein Wickel des Seelenernters. Wickeltuch heißt es, glaube ich, des Seelenernters. Dafür müssen wir Maltail gelegt haben, den Plan beim Schmied eingelesen haben und so ein Ding hergestellt haben und dann können wir uns hier Punkt O freischalten. Weiter geht es bei mir mit dem achten Punkt, logischerweise. Das ist bei mir Punkt S, denn ich habe hier von Punkt O natürlich nur die Möglichkeit, hier auf Punkt S zu kommen und kann mir von Punkt S aus sowohl Punkt R als auch Punkt T freischalten und bekomme somit dann Zugang zu den ganzen Potion-Effekten. Der achte Punkt, Punkt S ist CC-Immunität, also Immunität gegen Gegner-Kontrolleffekte oder besser gesagt gegen Kontrolleffekte, die wir von Gegnern erhalten, ist auch wieder so ein Utility-Ding, ist sehr nützlich, aber auch jetzt nicht unbedingt der absolute Game-Changer. Ist ein sehr, sehr schöner Punkt und nehmen wir hier natürlich gerne mit. Der achte Punkt kostet uns 30 Seelen, 30 vergessene Seelen, dementsprechend nicht wirklich so teuer, kriegt man relativ schnell zusammen die Seelen. Dann geht es weiter mit Punkt 9 logischerweise. Punkt 9 ist bei mir der Punkt T und T gibt uns Passability, das bedeutet, wir können uns ungehindert durch unsere Gegner hindurch bewegen, werden von denen nicht mehr geblockt und haben damit halt nichts mehr im Weg. Auch ein sehr schöner Effekt und ja, ich habe mich für den Weg hier entschieden, weil ich natürlich als erstes mit meinen ersten 55 Asche den Pylon-Effekt von dem Trank hier unten freischalten möchte, denn das erste Primal möchte ich in den stärksten Trank-Effekt investieren, dementsprechend, wenn ich das erste Primal zerlegt habe, kann ich mir dann hier diesen Punkt freischalten, dementsprechend so schnell wie möglich hier unten nach rechts. Punkt 9 ist dann damit Punkt T und den 9. Punkt freizuschalten kostet mich 1100 Blutsplitter. Weiter geht es logischerweise mit Punkt 10, das ist dann halt hier auch hier unten rechts der Effekt, ja, um eben diesen Trank-Slot freizuschalten. Punkt 10 bedeutet, wir erhalten doppeltes Glück bei Kadala, doppeltes Glück bedeutet, wir erhalten die doppelte Chance auf legendäre Gegenstände bei Kadala und ja, das ist natürlich ganz nett, Kadala gönnt normalerweise jetzt nicht so regelmäßig irgendwas Gutes, dementsprechend, wenn wir die doppelte Anzahl an Legis erhalten, erhalten wir auch die doppelte Anzahl an uralten Legis und die doppelte Anzahl an archaischen Legis. Dementsprechend nehmen wir das hier dankend mit, haben damit Zugang zum Trank-Slot AC. Der Trank-Slot AC bedeutet, dass wir den natürlich als erstes freischalten, erstmal ganz klar, und bedeutet, dass wir einen zufälligen Pylone- oder Schreineffekt erhalten, sobald wir unseren Heiltrank trinken. Okay, weiter geht's bei uns auf der Reise hier mit Punkt 11, das wird hier bei mir der Punkt R sein. Punkt R gibt uns 15% Damage, also einfach flat 15% obendrauf. Sehr, sehr nett, nehmen wir natürlich gerne mit und gibt uns dann die Möglichkeit, hier Zugang zu Punkt AA zu erhalten. Das ist der zweite Potion-Slot, den ich freischalten möchte, das ist der Slot mit den Kringeln auf dem Boden. Dementsprechend gehen wir diesen Weg und Punkt 10 haben wir auch schon wieder vergessen von den Kosten her. Punkt 10 kostet uns einen makellos königlichen Rubin, 20 Atem des Todes und einen Prunkring, den wir da reinschmeißen müssen. Also erst dann haben wir Zugang zu dem Potion-Slot. Punkt 11 von den Kosten her sieht ähnlich aus, wir brauchen einen makellos königlichen Smaragd und wir brauchen hier 30 Kopfgeldmaterialien aus jedem Akt. Dementsprechend macht es durchaus Sinn, hier den Punkt mit den doppelten Bounties relativ schnell mitzunehmen. Dann geht es weiter mit Punkt Nummer 12. Punkt Nummer 12 ist bei mir Punkt V und zwar gibt Punkt V einen weiteren Fortschrittsorb, also so ein Kügelchen, was in einem Portal fallen gelassen wird, wenn wir einen Elitegegner töten. Sowohl in den normalen T16 Rifts ist das natürlich sehr hilfreich und auch in den großen Nephilimportalen ist das natürlich sehr hilfreich. Ich habe es vorhin angesprochen, diese Utility-Effekte geben uns die Möglichkeit, schneller durchs Spiel zu kommen und genau das ist auch hierbei der Punkt. Wenn ich mehr von diesen Orbs einsammle, ist das Portal schneller beendet, ist der GR schneller beendet und dementsprechend kann ich einfach schneller durch das Spiel durchschreiten und das ist sehr, sehr mächtig. Also ein weiteres Kügelchen aus den Elitegegnern ist sehr, sehr mächtig, gibt uns sehr, sehr viel Clearspeed und dementsprechend ein sehr wichtiger Punkt und gibt uns natürlich damit auch weiterhin Zugang zu Punkt AA. Punkt 12 kostet uns 20 GR-Keys und einmal Ramaladnis-Gabe, das ist dieses kleine Würfelchen, mit dem wir einen Sockel in eine Waffe machen können. Dann geht es weiter mit dem 13. Punkt auf unserer Reise und das ist bei mir hier auch relativ logischerweise der Punkt, um den dritten Potion Slot zu erreichen, also dass ich wirklich schon ab da am ersten Wochenende direkt Zugang zu allen drei Potion Slots habe. Punkt 13 ist, dass unsere Pads, also unsere Begleiter, die weißen, blauen und gelben Gegenstände auf dem Boden aufsammeln und automatisch in Materialien verwerten. Auch ein super starker Punkt, weil Materialien können wir immer sehr gut gebrauchen, je mehr wir davon haben, desto besser. So müssen wir uns nicht mehr darum kümmern, dass wir das selber alles aufsammeln und beim Schmied zerlegen, sondern unser Begleiter erledigt das für uns. Punkt 13 wirklich absolutes Goldwert, ein richtiger Geschwindigkeitsmultiplikator. Aber da der Potion Slot AB, der in meiner Meinung nach schwächste ist, der nicht so einen großen, starken Effekt hat, schalte ich das hier auch erst als Punkt 13 frei. Wir brauchen natürlich auch wieder diese uralte Asche, um diese Punkte freizuschalten. Und ja, wir gucken da jetzt noch einmal ganz kurz drauf. Der Potion Slot Nummer 2 wäre bei mir definitiv AA. Das sind diese Kringel, die auf dem Boden auftauchen. Und der dritte Slot wäre dann AB. Das ist eine Schadensreduktion um 25% für die Gegner in einem Radius um 25 Meter um unsere Spielfigur drumherum. Das ist natürlich ein weiter Radius und 25% Schadensreduktion sind super, gar keine Frage. Aber ja, oftmals sind wir in Diablo 3 gar nicht so sehr durch die Defensive limitiert, sondern mehr durch die Offensive. Das ist also so der Punkt mit den Potion Slots. Punkt 13 freizuschalten kostet uns 1300 Blutsplitter. Und damit können wir dann halt auch zu Punkt 14 kommen. Punkt 14 ist der letzte Punkt, den ich am ersten Wochenende freischalten kann. Und das wird bei mir hier unten dieser Punkt werden. Und der sorgt dafür, dass unsere Begleiter die Atem des Todes aufheben. Ist halt auch wieder so ein Utility-Ding. Klar kann man jetzt sagen, ja, nimm doch lieber irgendwas anderes mit. Nimm doch lieber irgendwie ein bisschen Schaden mit oder irgendwie ein bisschen Schadensreduktion oder oder oder. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe diesen Weg. Ich kann mehr als 14 Punkte, kann ich am ersten Wochenende eh nicht freischalten. Dementsprechend würde ich mir, glaube ich, einfach diesen Auto-Pickup von dem Pet gönnen. Und dann ab Punkt 15 anfangen, mich um meinen Schadensoutput zu kümmern. Und dann danach zum Schluss, wenn ich alles Schadensmäßige aus dem Baum habe, mich dann um die Schadensreduktion kümmern. Also das wird mein Weg werden. Punkt 14 wird auch nochmal knackig teuer. Rostet nämlich einen erstarrten Schrei. Wenn ich Pech habe und so ein Schrei nicht loote, kann ich Punkt 14 nicht freischalten. Und dementsprechend bin ich da natürlich wieder von meinem Glück abhängig. Und das ist ja immer so eine Sache. Das, was ihr jetzt hier also seht, ist der Weg am ersten Wochenende. Mein Weg am ersten Wochenende, weil ich, wie gesagt, diesen Challenge-Rift-Back verbrauchen werde. Und dann mir Dienstag halten, neuen Challenge-Rift-Back organisiere und dann anfange, Punkt 15 freizuschalten. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung. Das heißt jetzt aber trotzdem nicht, dass ich mir nicht die ganzen benötigten Materialien zusammenfarben kann, um dann am Dienstag wirklich auf einen Schlag diesen kompletten Baum freizuschalten. Dementsprechend ist der Nachteil relativ gering und ich gönne mir einfach dieses Mehr an Geschwindigkeit, dieses Plus an Geschwindigkeit, um mit Stufe 70 Gear halt einfach zu leveln. Das ist so meine persönliche Erfahrung oder Empfindung und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das Ganze seht, ob ihr das Ganze genauso macht oder ob ihr einen anderen Weg geht, ob ihr euch eben diesen Würfel aufhebt oder nicht. Ich möchte natürlich noch ganz kurz das Ganze zu Ende bringen und hier mit euch noch über die restlichen Punkte sprechen. Ich habe euch gesagt, wir nehmen das Teil komplett auseinander und das wollen wir jetzt natürlich auch machen. Dazu blende ich das hier einmal wieder aus und wir beschäftigen uns dann mit den Kosten von Punkt 15 bis 26. Weiter geht es bei mir mit Punkt 15. Punkt 15 ist schon eingeblendet, das ist Punkt I. Punkt 15, das sind die minus 25% Nahkampfdamage. Ich habe gesagt, ich bevorzuge eigentlich eher offensive Sachen und dann erst defensive Sachen, aber da diese beiden Punkte für mich interessanter sind als diese beiden Punkte, gehe ich jetzt hier nicht auf den Elite-Damage, sondern auf die Schadensreduktion aus dem Nahkampf. Punkt 15 kostet insgesamt die Belohnung aus dem Herausforderungsportal, habe ich jetzt schon so oft gesagt, brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Dann geht es weiter mit Punkt 16, das ist bei mir Punkt L und der gibt mir einfach flat 10% Damage. Das ist sehr, sehr ordentlich, das ist ein ordentlicher Schadensboost, den natürlich mitnehmen, deswegen ist es schon irgendwie eine Bevorzugung des Schadensoutputs. Punkt 16 kostet 250 Seelen, also dafür müssen wir schon ein paar Legis zerlegt haben. Dementsprechend, ja, habe ich ja dann genug Zeit am Montag, mir ein paar Seelen zusammenzufahren. Punkt 17 geht bei mir hier auf der anderen Seite weiter, das ist Punkt M und der verdoppelt einfach nochmal die Anzahl der Atem des Todes. Nice to have Atem brauchen wir, um Sachen herzustellen, um Dinge aufzuwerten und dementsprechend kann man das gerne mitnehmen. Atem des Todes, da ich in so einer Season auch sehr viel Solo unterwegs bin, kann ich meinem Begleiter halt auch das Set anziehen und dann habe ich auch verdoppelter Atem des Todes. Also ist jetzt wirklich nur nice to have und ist nicht unbedingt so wichtig. Weiter geht es mit Punkt 18. Punkt 18 ist dann der Punkt, der hier auch schon offen ist. Das sind 20% Damage gegen Elite-Gegner und jetzt habe ich natürlich wieder die Kosten von Punkt 17 vergessen, 1400 Blutsplitter und Punkt 18 freizuschalten kostet ein uraltes Höllenfeueramulett. Da brauchen wir wieder ein bisschen Craft-Glück, denn so ein Höllenfeueramulett können wir nicht einfach in Kanaiswürfel umrollen, sondern wir müssen es wirklich herstellen. Dementsprechend bleibt uns nichts anderes übrig, als ein paar Oberbosse zu farmen und die Materialien daraus zu farmen und auf unser Glück zu vertrauen. Weiter geht es mit Punkt 19 und Punkt 19 ist hier bei mir Punkt P. Das ist automatisches Aufheben der Fortschrittskügelchen. Ist in meinen Augen auch sehr, sehr stark, wenn wir nicht diese ganzen Bällchen einsammeln müssen, aber dieser Punkt hier unten, wo wir ein Bällchen mehr bekommen, ist deutlich stärker und deswegen der erst hier zum Schluss, dass die automatisch aufgesammelt werden und wir uns da gar nicht irgendwie Gedanken drum machen müssen. Punkt 19 kostet uns NeverEndingQuestions. Das ist dieser komische Zettel, ich weiß nicht genau, wie der auf Deutsch heißt. Das ist dieser komische Zettel, den wir aus einem Setportal bekommen. Ich glaube, der heißt irgendwie immer wiederkehrende Fragen oder nicht enden wollende Fragen, nicht aufhörende Fragen, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses Zettelchen finden wir in einem Setportal. Entweder nach Abschluss von dem Setportal bei der Meisterschaft oder bei einem Drop von einem Elite-Gegner. Ich kann es euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall müssen wir dadurch darüber Setportale kloppen. Das bleibt nicht aus. Punkt 20 schalten wir dann auch frei. Das ist der Punkt hier oben, das ist Punkt D. Das sind einfach 200 Damage, die wir mehr machen. Und Punkt 20 freizuschalten kostet uns einen uralten Flechtring und 50 Kopfgeldmaterialien. Also dafür müssen wir wiederum Bounties machen. Dann Punkt 21 auf der Liste ist Punkt G bei mir. Das sind 15% Schaden gegen Elite-Gegner. Auch wieder mehr Schadensoutput. Kostenpunkt 500 Atem des Todes und 300 Seelen. Dementsprechend sehr schön, dass wir jetzt hier doppelte Atem bekommen und automatisch die aufgehoben werden. Also sollten wir relativ schnell zusammenbekommen. Punkt 22 auf der Liste ist hier unten wiederum in dem Baum. Das ist Punkt W. Und der gibt uns 25% Schaden gegen Boss-Gegner. Auch sehr nett, sehr stark Schadensoutput. Aber die anderen Punkte zu erreichen war für mich einfach tatsächlich wichtiger. Und dementsprechend erst relativ spät im Altar freigeschaltet. Punkt 22 kostet uns 1500 Blutschlitter. Dann haben wir Punkt 23 auf der Liste. Das ist Punkt Q. Punkt Q gibt uns minus 25% Schaden von Elite-Gegnern. Jetzt sind wir halt schon bei der Schadensreduktion angekommen. Und Punkt 23 kostet ein Flüstern der Buße auf Stufe 125. Flüstern der Buße ist dieses Edelsteinchen, was aus dem Erstarten-Schreibportal zu erhalten ist. Den brauchen wir auf Stufe 125 und müssen den dann da opfern. Punkt Nr. 24 ist bei mir Punkt Y. Das sind 15% Ausweichchance. Und das kostet uns eine verzauberte Waffe. Also eine Waffe, auf der wir eine Verzauberung über Kanaiswürfel-Kaldesands angebracht haben. Das müssen wir dafür opfern. Punkt 25 ist dann bei mir hier oben Punkt E. Das sind einfach minus 25% Fernkampfschaden. Nett, aber nichts, was man jetzt direkt braucht. Und Punkt 25 kostet uns sage und schreibe einen Hürdenstab. Leute, Hürdenstab kann wirklich richtig, richtig ätzend sein zu farmen. Deswegen, selbst wenn ihr euren Challenge Riftback verbraten habt am Anfang, nutzt ein bisschen Zeit, um die Sachen für den Hürdenstab zu farmen. Kann durchaus Sinn machen, den dann schon fertig liegen zu haben. Dann brauchen wir natürlich auch noch den letzten Punkt. Punkt 26 ist bei mir der Punkt hier oben. Das ist Punkt N. Und da scheiden sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen die Geister. Da werden jetzt vielleicht viele sagen, boah, der ist doch voll nützlich. Wieso hast du den denn nicht vorher mitgenommen? Punkt Nummer N, Punkt 26. Der letzte Punkt bei mir auf der Reise ist, dass ich Ressource pro kritischem Treffer bekomme. Und ja, es gibt Builds in Diablo 3, die ressourcenintensiv sind. Und da macht das definitiv Sinn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen anderen Punkte, die da sind, die sind so stark. Die geben so viel mehr als einfach ein bisschen Ressource pro kritischem Treffer. Dass ich mir gedacht habe, nö, das brauche ich jetzt nicht irgendwie ganz am Anfang. Dementsprechend funktionieren sowieso, wenn man so ein Bild vollständig hat. Die meisten Builds in Diablo 3 haben keinerlei Ressourcenprobleme. Dafür brauche ich nicht wirklich auf Ressourcen zu achten. Dementsprechend ist das für mich der Punkt, den ich als letztes freischalten werde. Und diese letzte Freischaltung kostet mich dann nochmal sage und schreibe 1600 Blutsplitter. Und Leute, 1600 Blutsplitter, dafür muss ich ein GR der Stufe 110 abgeschlossen haben im Solospiel. Also das bedeutet, erst dann kann ich 1600 Blutsplitter überhaupt tragen. Und ja, da ich 1600 Blutsplitter auf einmal da reinschmeißen muss und nicht erst 500 da reinwerfen kann und dann nochmal 500, sondern ich alle zusammen haben muss, muss ich, um diesen 26. Punkt freizuschalten, ein GR der Stufe 110 im Solospiel abgeschlossen haben. Sollte aber in Diablo 3 gar kein Problem sein. Sollte für jeden machbar sein. Schreibt mir bitte unbedingt unten in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Geschichte haltet. Ob ihr einen anderen Weg gehen würdet, ob ihr das eventuell auch so machen würdet. Ladet euch gerne dieses ganze PDF runter und all das, was ich dazu irgendwie fertig gemacht habe. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Das war es für dieses Video. Ich freue mich unheimlich auf Saison Nummer 28. Ich habe richtig Bock auf den PTR. Ich freue mich darauf, Zeit mit euch zu verbringen in Saison Nummer 28. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.